Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Moncroft. Und letztes Mal sind wir mitten in der Nacht von Boxen angegriffen worden. Äh, gesagt von Zombies und von einem Enderman. Für mich hat er mich jetzt nicht gesehen. Ich verstehe immer noch nicht, wofür es Endermans gibt. Ich weiß noch nicht mehr, was die darstellen sollen. Alter, warum ruckelt das denn jetzt so? Die Deckspinnys. Nein. Aua. Aua. Böse. Ich mag, dass nicht wen ich angreife. Das ist voll böse, ey. Okay, warte mal eben. So. Ähm. Ich greife die Anstellung an. Äh, Jane. So, das geht wieder. Gut. Vorbild nicht mehr so stark. So. Euch blöden Viecher mache ich ihm tot, weil er mich nervt. Ich werde es zu 100% irgendwann mit gar nicht mehr von hinten an. Hallo. Ich habe ein Ei. Hä, woher habe ich denn ein bisschen ein Ei? Das wäre eklig. So. Halleluja. Alter, eine Goldrüstung! Ich will die haben! Mh. Manu, ich finde das immer noch voll scheiße, wenn man die tötet, dass sie dir nicht die Rüstung geben. Mh. Mh. Geh, komm bitte weg, ey. Ich bin hier voll parat. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Nicht schießen mehr, Pirat! Pirat, hör auf! Du bist ein blöder Pirat. Einfach schön bieten. Oh ja, tu dich! Jetzt droppt er auch nichts. Hallo. Hallo, ihr da! Alle! O-oh, 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 o-oh. Halleluja! Nein, 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 nein. Das ist nur, was ich mir nur ab... Danke! Oho! Alter, das ruckelt ja richtig stark! Ich brauche aber auch 8 Chunks. Jetzt geht das wieder. Welche ruckel ist wieder so stark! Hallo. Oh, vielleicht werde ich essen. Aua. Lass mich hin. 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 Wo darf ich eigentlich hin? Ich weiß nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Scheiße. Oh mein Gott. Ich sterbe gerade. Hilfe. Ah. Ich muss nach Hause rennen. Natürlich muss ich da nicht Chancen haben. Oh. Oh, du Scheiße. Alter. Hat mich die gerade erschreckt. Diese blöde Schnecke. Schnecke? Mhm. Ich meine Hexe. Ja, genau. Noch ein bisschen mehr Hexen. Komm. Sie haben noch nicht genug. Alter. Wie viele Monster sind bitte schön hier. Da vorne ist mein Haus. Okay. Den kann ich eben ein bisschen weiter fighten. Zombies. Können die bitte weggehen? Geh mal weg. Ey, du bist voll... Oh, Alter. Ich sehe sie nicht. Ich sehe... Nein, 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 nein. Ich sehe sie nicht. Alter. Ja. Wie viele... Zombies. Zombies, Zombies, Zombies. Zombies noch? Äh. Ach du Scheiße. Ja, genau. Noch ein paar Glüper dazu. Das ist perfekt. Ja. Ach, ne Hexe. Ja, perfekt. So mag ich das doch. Übertrieben viele Monster direkt hinter mir. Ja, juhu. Besseres Leben kann man sich nicht vorstellen. Ja, und ein Enderman. Nein, 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 nein Ich verstehe nicht, was an Hexen so toll sein soll. Lauf um dein Leben! Lauf, 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 lauf. Puh! Hallö! Schieß, komm, schieß! Schieß! Okay, erst mal was essen. Das war gerade echt schrecklich. Ich bin fast gestorben. Weil es so übertrieben viele Hexen draußen sind. Und Zombies und Creeper. Klar, cool, wenn die Creeper da sind und so. Also ich hasse Endermans. Ich hasse Endermans. Und ich hasse Hexen. Ich will, dass die beiden Sorten abgeschafft werden. Weil ich die einfach total dumm finde. Der Rest von den Monstern sind richtig cool. So Spinnen, ist klar. Creeper, auch cool. Zombies, äh, ja doch, Zombies, Skelette. Die finde ich alle voll cool, aber Endermans und Hexen sind wirklich, jetzt nicht gegen die Entwickler, aber echt Schwachsinn. Ich lege mir einfach mal schlafen. Ähm. Blablabla. Dann stehe ich die da mal ganz was auf. So schwer drauf zu kommen. Blablabla. Auf jeden Fall. Ich finde die einfach dumm. Das tut mir echt leid, aber ich finde die wirklich dumm. Weil ich die dumm finde. Also wenn ich jetzt von Unfair, von Hexen, äh, also Hexen, sich heilen können. Also ich finde das dumm, dass Hexen sich heilen können. Und einen mit Vergiftung, mit Vergiftung, achso, du Arsch, ach du Arsch, da schießt gerade auf mich. Mal machen. Also wenn die abgeschafft werden, dann wäre ich so glücklich. Weil die einfach beiden total für Unfair kämpfen. Die eine wirft die ganze Zeit mit Gifttränken, wenn sie selbst getroffen wird, wirft sie auf sich selbst einen Heiltrank. Das finde ich so scheiße. Unter anderem, wenn man ihn nur anguckt, portet er sich hinter dich und tötet dich. Und er versucht, dich zu töten. Was er auch meistens schafft, weil ein Enderman echt stark ist. Und das finde ich so schrott. Schrott echt. Und das finde ich so dumm eigentlich. Also das ist voll gemein, ja. Die meisten Endermans sind meistens bei mir in den Welten. Gucken wir uns zum Beispiel mal so Videos an. Wirklich kein einziger Enderman. Bei mir, wenn ich eine Nacht nach draußen ab 30 will ich ein Endermans. So, und diese blöden Skelette werde ich töten, weil es mich gerade nervt. Oh, das ruckelt immer noch voll. Ich verstehe gerade nicht warum. Wie tief soll ich in Chunks denn noch sitzen? Geh weg. Danke. So, ich stelle mich jetzt mal hier unten hin. So, fünf. Ich mach jetzt einfach mal auf einen. Das ist wahrscheinlich ganz schrecklich. Aber egal. Ich mach jetzt einfach mal auf einen nicht zu gucken. Also auf zwei Tönen. Das ist wirklich ein Unterschied. Es ruckelt jetzt so wenig wie am Anfang gerade eben. Aber nee, es ruckelt immer noch voll. So, jetzt nicht mehr. So. Schneller waren Bewegungen, man ruckelt das voll. Ich mach wieder auf. Geil zu. Nein. Fertig. Fertig. So, ich verspielen. So. Ähm. Die. Ähm. Ähm. Genau. Ich hätte vor hier weiter Zäulen zu bauen. Ach, ich hab das so im Pappen. Ey, von wo? Du dummes Teile. Ich töte dich. Nicht mit einem Pfeil. Aua. Aua. Stilp. So. Boah, das ist ja so unfair, wenn die einfach sich so im Wasser verstecken können. Wo ist meine Axt? Ach, die hab ich ja weggepackt. Stimmt. Ja, ich bin so ein bisschen vergesslich. So. Hier haben wir eine Angel. Ich glaube, wir könnten mal angeln gehen. Wir brauchen sowieso wieder essen. Ähm, Axt, 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 Axt. Da. So. Ich würde sagen, wir angeln erstmal. Wir haben nur noch zwei Hähnchen. Klar, ich könnte jetzt auch rumlaufen und Kühe töten, was ich jetzt wahrscheinlich auch gleich machen werde, aber... Erstmal ein bisschen angeln und zu entspannen nach dieser monsterreichen Nacht. Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... Nun, mal, mal, 911. Was sagral ich, was sag clam? Là ja... Wohin, hole ein Viesch... Da 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 da... Da 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 da... Da ist ein Ei im Wasser. Ja, es ist plitscht auf... Plitscht, soll ich mal plitscht sagen? Ja, ich denke schon. Im Rasen. Es ist also ein Fisch im Rasen. Von außen sieht das ja voll dumm aus, das Ei. Also, es ist nicht dumm, aber auch wie so. Wie einfach nur ein Kreis. Ongeln gehen nicht so entspannt. Also ich finde ja wirklich alles wunderschön hier. Außer das Huhn. Ich verstehe nicht, warum das Huhn so aussieht. Ich mag das Huhn nicht. Auf einen Fisch, dann kann ich gehen. Wenn ich mal im Kleck gehöre und so schlachen. Komm. Mach. Los. Bitte. Dann dahin. Komm. Okay, es war echt nicht streng. Huhn nur stirben. Danke. So, wir haben... Wo haben wir denn da? Haben wir noch... Ah, da ist eine Hühle. Das finde ich jetzt super. Ich will das... Ich wollte gerade speichern. Ich habe gerade im Kopf gehabt, die ich jetzt einfach auf Speichern zocke. Dann ist mir eingefallen. Es gibt keinen Speicher. Oh, da möchte ich glaube ich nicht runterfallen, oder? Ach doch, kann ich runterfallen? Das ist ein Creeper. Der ist irgendwie nicht prozentlich ein Creeper. Hat gewesen. Oder? Ja, doch, da ist er. Sollte ich da runtergehen? Warte, ich lege mal eine wichtigen Sachen mal irgendwo hin. Und ich töte mal eben noch eine Kuh... Ein paar Kühe, damit ich mir noch eine Rüstung dazu machen kann. Hey, du stirb. Äh, andere Kuh? Andere Kuh? Hallo? Da. Oh, ja. Ups. Oh, ja. Nur Fleisch. Dam, 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 dam. Ciao. Oh, ja. Nein, nein. Hey, ach du. Ach. Hör auf. Alter, Minecraft. Jetzt reicht's aber. Oh, ja. So. Ich kapier's einfach nicht, ey. Die Bönden sind irgendwie überhaupt nichts. Ups. Stirb. Stierb, du Monster. Pfff. Fiu. Okay. Und damit ist der Part auch wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal, alle wichtigen Infos sind in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.